Boah, der hält doch gut! Der hält echt die Spannung! Ja, moin Männer, wir sehen uns wieder von Just as Goalkeepers. Heute sind wir zu Gast bei Holstein Kiel, bei Paddy Burger, bei Kenneth, bei Dominik und bei Timon. Ich habe wieder drei Amateure im Gepäck. Heute aus der Schleswig-Holstein-Liga von Hagen-Arnsburg. Dann haben wir von TOS Hamburg. Und last but not least haben wir Carsten mit dabei, vom Paloma. Ja, wir freuen uns, dass wir einfach zu Gast sind hier. Wir haben wieder vorbereitet, klar, mit kleiner Trainingseinheit. Bisschen mehr aufs Spiel bezogen. Dann haben wir eine kleine Challenge. Wir haben Abwürfe, wir haben Abschläge, Abstöße, alles dabei. Und danach noch ein kurzes Interview jeweils mit Kenneth und dem Torwarttrainer Paddy Burger. Und ja, ich freue mich und es kann losgehen. Carsten, Dani, hol dir einmal bitte das Tor. Nicht zu hart! Jawohl! Start! Simon! So war die Spaß! Gut raus! Komm auf, komm auf! Vor, vor, vor! Was hast du denn hier ausgedacht? Sie sind hier ausgedacht! Sie sind hier ausgedacht! Die beste! Komm auf, komm auf! Steht, steht, steht! Gut! Vor, 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 vor! Vor, vor, vor! Vor, vor! Da kommt die Ritze! Timon ist reich, Timon ist reich. Gut, Tore! Kaffe! Gut, Karla, Karsten! Mein Mann! Mein Mann! Ganz stark! Weiter machen da, Karsten! Ja, den brauchst du auch, eigentlich. Ja, auch stark! Ist egal, wie. Komm da raus, Kürz! Aber einfach! Stark! Nichts Fuß! Nichts Fuß! Ich wollte dir nochmal schenken. Ich wollte dir nochmal schenken. War geschenkt. Gut! Geschenkt! 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 Oh! 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 Geschenkt! Gut, Tore! Oh, ja! Oh, ja! Was ist das denn? Was ist das denn? Was denn? Was ist das denn? Ist das geboten? Was denn? Ich muss darauf reagieren. Prost! Oh! Ah! Ja, ja! Wollen wir dahin! Oh! Oh! Gebereucht euch, alles geplant. Was ist denn jetzt? Boah, der hält doch gut! Der hält echt die Spannung! Sauber!